Hallo liebe Fans oder Zuschauer, in der andere Story, was ich gerade sage, ich mache meinen eigenen Kanal, meine Meinung sagen, mein Kanal heißt Fußballfreunde, meine Abonnenten ist 77, eine weniger, 76 Abonnenten, aber so aussieht 77 Abonnenten, Kanal gegründet am 29.09.2019, ich finde von Fußballfreunde, Fußballfreunde, mein Kanal ist, ich rede auch meiner Meinung, mein eigener Kanal, ich weiß, ich bin ein bisschen Botei-Spinn, das war selbst, Fußballfreunde macht, großartig über Fußball und vielleicht auch Handball, das weiß ich noch nicht, ist großartig, ich mache Bundesliga, ich habe in meiner Meinung geredet, zweite Bundesliga habe ich geredet, dritte Liga, ich habe darüber geredet, von meiner Meinung, selbst wenigstens gerade von der Regionalliga Bayern, auch, kommt, viele, viele, meine Meinung kommt, und, zwei Dinge, Regionalliga Bayern, ich habe mich gerade eingefangen, und auch noch andere noch von Regionalliga ist, in welchen noch nichts sagen, was genau ist, und, und, ich habe ich auch noch eine, kann gerne mir Fanbriefe schicken, ich lese ich euch mal vor, um mein Postfachinteresse, Hallo, ihr, ich bin Leon, ich mache gerne tolle YouTube-Videos, Ich habe echt, wie inteligere, wenn, 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 sie, euch, gefallen, gibt, gebt, mir, doch, einen, Like, oder, abonente, abonente, abonnent, mich. Jetzt habe ich auch ein Postfach. Ich wurde mich sehr über eure Briefe und Meinungen vorhin. Was ist dein Lieblingsverein? Mein Postfachadresse? Mein Brieffach? Die Alessi, Adresse, Leutet, Nutella, RCFCK, Leon, Postfach, 112, 67251, Freizeim. Das ist meine Fanbriefe. Ich kann gerne euch schicken von mir. Ihr zwingt euch gar nicht. Das mache ich nicht. Es geht um alles freiwillig. Fußballfreunde ist großartig zu tun. Von meiner Meinung sagen über Fußball. Es gibt auch ein paar Staffeln von meiner Meinung. Ich sage, ich habe euch alles aufgezählt. Das gibt ein paar Staffeln von meiner Meinung. Ja, hinterfalls kann ich gerne mehr weitersagen von Fußballfreunde. Ich bin froh von jeder Abonnenten. Ich kriege mein Ziel. Mein YouTube-Kanal über 1.000 Abonnenten. Ist mein Ziel. Wann genau dieser Ziel kommt, weiß ich nicht. Aber ich bin immer liebe Abonnenten froh. Und sonst ehrlich, ich bin froh, liebe Abonnenten nicht kriege. Auch Kommentare und Daumen oben machen. Das sehen ich, ich immer gut mache. Und ich habe ich ein Daunticrum. Ich habe mal ein paar Schwäche. Ich habe eine Sprachbehinderung. Ich habe mal ein Daunticrum. Aber ich habe auch Sprachfehler. Ich habe Beispiel. Aber das Ganze, wo mal. Das Ganze, wo mal. Ich Daunticrum habe. Ich habe Beispiel. Würde ich nicht immer so großartig sagen. Aber kann ich gerne auch euch sagen. Aha. Ist keine Krankheit. Ist es nicht. Ich bin das meine Mensch wie euch alle. Noch mal. Ich bin der gleiche Mensch wie euch alle von der ganzen Welt. Okay. Und das ist meine Meinung über meine Fußballfreunde. Ich habe meiner Meinung gesagt. über mich selbst. Ja. Ich bin froh, dass die Leute mich abonnieren wollen. Oder Kommentare. Oder sonst was alles. Das war's eigentlich. Abonnenten. Ich kann gerne gerne abonnieren. Ich kann gerne abonnieren wollen. Ich kann gerne abonnieren wollen. Und weiter sagen. Ist es zu niemanden. Mag ich auch nicht. Es geht um alles freiwillig. Egal Was Egal, dass du welch lesbisch ist Oder schwul ist Oder sonst was alles Egal Das kann euch Alle mich abonnieren Deine Welt kann mich abonnieren Nochmal, das ist kostenlos Von Abonnenten Glocke anmachen Ich sag ich immer Glocke Kirchenglocke Alle machen Däumchen Und eure Meinung In Kommentare schreiben Egal, welche YouTube-Kanale sind Kann gerne mich auch In Kommentare schreiben Eure Meinung Was mir als Beispiel Kann gerne auch daran schreiben Ja Viel Spaß von diesem Video Lieber Fußballfreunde Ja boatsẹn Bei dir have ein die was we habe und du